Liebe Studierende, willkommen zur zwölften Videoübung des Semesters mit dem Thema Ultraschallwellen. Wir möchten uns hier mit den Wellen, mit den elastischen Wellen in einem festen Körper auseinandersetzen. Wir betrachten die Situation, wobei in einem Stab aus Glas eine Anregung verursacht wird und zwar eine Anregung mit einer gegebenen Frequenz f. Diese Anregung kann in zwei möglichen Art und Weise stattfinden, entweder mit periodischen Schlägen aus dieser Seite oder aus dieser Seite. Wenn wir diese periodischen Schläge mit dieser Frequenz f aus dieser Seite verursachen, ermöglichen wir die Ausbreitung einer Störung längst diese Achse. So wählen wir zum Beispiel diese Achse hier als Bezugssystem. Das heißt, aus dieser Seite verursachen wir eine Kompression, Ausdehnung, Kompression, Ausdehnung des Materials. Das heißt, die Störung, die sich ausbreitet als Folge einer periodischen Schlag, einem periodischen Schlag mit der Frequenz f auf dieser Seite, ist tatsächlich eine longitudinale Welle. In diesem Fall prüfen wir die Fähigkeit des Materials, sich komprimieren, respektiv ausdehnen zu lassen. Deswegen die physikalische Größe, die hier eine große Bedeutung ist, ist das materialspezifische Parameter E, nämlich das Elastizität Modul. Mit dem Elastizität Modul E prüfen wir, wie gesagt, die Fähigkeit des Materials, sich komprimieren oder ausdehnen zu lassen. Wenn wir mit einem periodischen Schlag auf dieser Seite auf dem Stab wirken würden, dann verursachen wir eine Störung, die sich transversal in diesem festen Körper ausbreitet. Das heißt, mit einer solchen transversalen Welle prüfen wir die Fähigkeit des Materials, sich biegen zu lassen. Das wesentliche materialspezifische Parameter ist eben das Torsionsmodul G. In der Vorlesung haben wir gesehen, dass die sogenannte Ausbreitungsgeschwindigkeit, das heißt die Schallgeschwindigkeit von solcher longitudinale oder transversale Welle in einem festen Körper, sich darstellen lässt mit folgender Form. Für eine longitudinale Welle, die Phasengeschwindigkeit ist dann gleich der Wurzel des Elastizitätsmoduls geteilt durch die dichte Roh des Materials. Das ist auch eine Bekannte des Problems. Im Fall einer transversalen Welle, dann die Phasengeschwindigkeit, nämlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der transversalen Welle, ist gleich der Wurzel des Torsionsmoduls G geteilt durch die Dichte. Ich möchte vielleicht hier ganz allgemein erinnern, die allgemeine Definition der Phasengeschwindigkeit. Diese Definition entspricht dem Verhältnis zwischen Kreisfrequenz geteilt durch Wellenzahl. Die Kreisfrequenz ist 2P mal die Frequenz f und die Wellenzahl ist 2P geteilt durch die Wellenlänge, sodass die allgemein gesehen, das haben wir übrigens schon bei dem Licht gesehen, die Phasengeschwindigkeit ist nichts anderes als das Produkt zwischen Wellenlänge und Frequenz f. So, dann für die erste Frage des Problems können wir sofort beide Formeln anwenden, weil Torsionsmodul G und Elastizitätsmodul E des Glases hier ist bekannt, die Dichte auch so. Wir kennen sofort oder wir können sofort die zwei Phasengeschwindigkeiten für die longitudinale sowie für die transversale Welle berechnen. Und da wir auch für die Anregung die Frequenz kennen, können wir dann sofort auch die Wellenlänge berechnen für eine longitudinale sowie für eine transversale Welle. So praktisch Frage A und B lassen sich quasi gleichzeitig mit diesen Formeln berechnen und Antworten. Interessant ist aber auch die Frage C, weil was man hier fragt ist, nach welcher Distanz, wenn die zwei Wellen gleichzeitig starten, haben die Welle das erste Mal eine Phasenverschiebung von 180 Grad, das heißt P. Ich möchte vielleicht hier erinnern, dass ganz allgemein die Wellenfunktion für eine typische harmonische Welle ist gleich dem Produkt zwischen Amplitude A und dann Cosinus des folgenden Arguments, nämlich Kreisfrequenz mal die Zeit minus Wellenzahl mal die Ortskoordinate C. Das Argument dieser Funktion ist eben als Phase bekannt. Wir können das zum Beispiel als Roh bezeichnen oder V, besser gesagt. Und jetzt, was wir berechnen müssen, ist bei welcher Distanz Z, nennen wir das Z gleich L, haben wir dann eine Phasenverschiebung von 180 Grad. Das heißt, wir müssen jetzt schlussendlich Delta Phi gleich 180 Grad oder besser gesagt Pi setzen und weil beide Wellen die gleiche Kreisfrequenz, nämlich die gleiche Frequenz besitzen und weil die Zeit für beide Wellen genau so gleich läuft, dann können wir sofort sagen, dass Delta Phi dann gleich K transversal mal L minus K longitudinal mal L. Und wenn wir jetzt die Definition der Wellenzahl benutzen, können wir schlussendlich sagen, dass L ist gleich 1 geteigt durch Betrag von 2 geteigt durch die Wellenlänge für die transversale Welle minus 2 geteigt durch die Wellenlänge für die longitudinale Welle. So mit dieser Übung haben wir tatsächlich uns mit Schallwellen, mit sogenannten elastischen Wellen in festen Körper auseinandergesetzt. Wir konnten die allgemeine Definition für die longitudinale sowie für die transversale elastische Welle in festen Körper benutzen. Diese transversale sowie diese longitudinale Phasengeschwindigkeiten sind schlussendlich konstant. Es ist vielleicht dann wichtig, hier auch nochmals zu betonen, dass wenn die Phasengeschwindigkeit konstant ist, bedeutet eigentlich, dass die Dispersionsrelation linear in Wellenzahl K ist. Und wir wissen, dass wenn eine lineare Dispersionsrelation gibt, die Phasengeschwindigkeit ist sogar gleich der Gruppengeschwindigkeit. Das ist nur so als Ergänzung des Problems zu verstehen. Und dann haben wir uns eigentlich mit der Phase beschäftigt. Das heißt, dass das Argument eine harmonische Welle ist als Phase bezeichnet. Und wenn wir eine Phaseverschiebung berücksichtigen zwischen zwei Wellen, müssen wir eigentlich die Differenz zwischen dieser Phase berücksichtigen. Und dann hier war gefragt, nach welcher Distanz L, nach welcher Ausbreitung Distanz L von beiden Wellen, wie eine Phaseverschiebung von 180 Grad, also von P, möglich ist. Und das lässt sich dann aus dieser Gleichung genau berechnen. Wenn Sie Fragen hätten, stehe ich Ihnen, wie üblich, gerne zur Verfügung während der Vorlesung. Und ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, eine Videoübung mit Ihnen zu besprechen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.